Musik 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 Halt, wir wenden, keinass Piep, piep Nee, rückwärts geht nicht Oh, es ist cool Läuft Jeho Achso, wir müssen die Quest verfolgen, sag ich, wir spüren es die ganze Zeit Äh, Heilerin, genau Mach mal Jaja, ich will gleich sehen und ich will nochmal Spaß haben Mapp, Mapp, Achtung Sperrtransport, Mapp, Mapp Achtung, Sperrtransport Musik Ich kann nämlich nicht lenken, ich sag's gleich, ne Ich hab erst den Führerschein wieder bekommen Ich war eine Weile weg Äh, kann man jetzt irgendwas lösen oder so Nein, ich will den Vogel nicht Das Sehlo in Ruhe Hier geht's doch hoch Hat die alte nix da Ist aber schon ein bisschen arg schwach, ne Da drüben haben wir Leder liegen Krokus wären interessant Da nur hab ich das Gefühl, die filetieren uns Okay Okay, da haben wir noch welche, gut Hm So lange man noch nicht Verbraucht er echt immer nur einen Schuss? Ja, verbrauch ich nur einen Aber geht halt ab wie solche, ne Haben wir eine Sauerstoffration? Ja, haben wir Ja Ja, ich weiß, ich blinde hier grad Wir sind gestörter Aber Sauerstoff sagt, äh, es geht Von daher alles gut Ah, wir können sogar schnell schwimmen Okay, cool Nö, die Störung ist ein bisschen komisch unter Wasser Erstmal kurz hoch jetzt Boah Rabi erwartet auf die Medizin Ja genau, im Wasser kann ich ein Bogen Ja, wobei, geht ja logischerweise Ah, okay, da können wir so kurz abtauchen Ist ja cool Wir sehen uns Ziel vor Ort Ist hier eigentlich was? Naja, da drüben ist irgendwie so ein Tempeleingang Das ist interessant alles Oh Gott, diese WhatsApp Gruppe Umzug Meine Fresse, da geht's grad ab, du Die Textur ist hier ein bisschen alles hässlich Das hab ich nur deswegen runtergeschraubt Bezüglich CPU-Auslastung Wenn das Ganze dann gefixt ist Dann werden wir hier eine wunderschöne Grafiker haben Wenn die Grafiker da sagt so Mhm, ist okay, ich muss was arbeiten Aber ich hab noch Luft Muss mal kurz zufassen Das ist halt leider grad das Was halt immer noch ein bisschen upturned Aber ich kann's nicht ändern Apropos upturnen Wartet mal, wir haben doch hier, äh Inventar Weiß, Hygiene Anders knapper Zeug Pfeile Ausrüstung Haben wir hier nicht was bekommen Inventar Der Typ hat doch irgendwas gedroppt Ich mein, der hat irgendwas gedroppt Ziele Schlange Wetter Geier Okay Die müssen wir nach Kellen Aber ich denke das wird noch viel weiter gehen Weil es kann nicht sein Dass wir hier alles Das ist dann alles wahr Wär komisch Zumindest auf jeden Fall Oh, darf ich das Pferd nehmen? Als die Planeten steht aufsitzen Dann soll ich das nehmen Ja Nee, das ist es nicht Das ist es auch nicht Da bremst er Nö, der reitet nicht schneller Hallo, ist ein Pferd Warte, zieht er wieder die Waffe her Hi Jungs Da drüben müssen wir hin Ah, ich glaub die nächste links sollten wir Achtung Das Pferd hat gefurzt Sind die tot? Lol, die leben noch Krasser Shit Wow, Homie Jungs Ich bin hier Ne, richtige Videosequenz halt was schön Wenn sie miteinander reden Dank Nicht sowas Warum sind die Kranken nicht in den Tempelruinen? Wir Soldaten haben uns hinausgeworfen Obwohl ich den Nomarchen für die Tempelbenutzung bezahle Kommen alle paar Wochen Soldaten und nehmen uns unsere Medizin und Vorräte Es sind immer dieselben Sie nennen es Tribut Eine Steuer für die Königliche Armee des Pharao Wir haben kaum das Nötigste um den ganzen armen Seelen zu helfen Aasgeier Sei unbesorgt Rabia Ich sorge dafür, dass sie dich nicht mehr belästigen Sei vorsichtig Bayek Tschüsse, dann nehmen wir aus das Inneren Ach, da schießt zwei nacheinander, wenn ich drauf bleib Ah Das ist natürlich sehr geschickt Ah, da war grad noch einer, ist egal Hier schießen sie zuerst und fragen dann Essen! Heute gibt's Garzellenfleischmänner Na endlich, keine Erbsensuppe mehr Mhm Zielgebiet, Haus des Lebens Ja, da waren wir nicht grad schon Ist uns ja bekannt Und? Ja, da steht mir Ja, du! Hey! Go back! Hey! Hey! Halte den Bastard auf! Das kostet mich hier grad ein arschvoll Pfeile aber Hey! Stirb du, Wom Au! So Erstmal aufladen. Ja, ich. Das ist halt schon geil. Die Waffe ist schon übel. Nö, den trage ich jetzt. Kann man hier was plündern. Wisst ihr, Lootgeil und so. Hier, da vorne haben wir auch. Ach, da liegt noch was. Ja, schön. Einmal, wir wollen Mission abgeben. Ach, ich kann ja die normalen plündern. Wahrscheinlich hat es einen Cooldown oder so. Das ist so langweilig. Pfiw, pfiw, pfiw hat es gemacht. Wo ist Pfiw, pfiw, pfiw? Ah, hier. Bin ich blind? Nö, da ist echt nichts. Okay, schade. Okay, zu Rabia zurück. Mach ich. Halt, warte mal. Kann man da oben nicht synchronisieren? Hab, mein Kleiner. Hab, hab. Man, der braucht immer. Tschüss, ich würde es viel langsamer packen wie der. Nö, wir können ja nicht in Brünschen. Da ist man schon runtergesprungen. Okay. Hui. Flatsch. Ich bin nicht so der Überstealth-Mensch, hab ich das Gefühl. Schnauze. Ich mag das nicht, wenn er so rumzappelt. Ach so, das war eine Kerze. Okay, ich dachte gerade, er war ein Goldstück. Wir müssen ja irgendwie bezahlt werden für unsere Tätigkeiten hier. So, meine Dame habe erledigt. Hattest du Erfolg? Hattest du Erfolg? Ja. Hattest du Erfolg? Diese Soldaten werden dich nicht mehr belästigen. Alle meine Patienten danken dir. Ach, ich habe fast vergessen, dir die Arznei vom Boot zu bringen. Bei all der Aufregung hatte ich daran auch nicht mehr gedacht. Siva kann sehr froh sein, dich zu haben, Rabia. Oh ja. Versprich mir, dass du dich nicht von deiner Rache verzehren lässt, Bayek. Ich kann an nichts anderes denken. Aber dank Amun werde ich eines Tages frei sein. So. Embed. Hanamatiliator. Oh, sorry, Homie. So, jetzt mal kurz gucken. Ausrüstung. Was haben wir denn gefunden für eines? Nahkampf. Zwei Sachen. Beides Bullshit. Das heißt, man hat das Schrottermatte ist. Bin ich hier nichts von Fan von? Eisen. Das ist rar. Okay. Erhöht den Fernkampfschaden. Ich würde eher gerne unsere Rüstung erhöhen. Nahkampfschaden. Erhöht die Gesundheit. Ah, das geht nur darüber. Da braucht man Holz für. Schön wäre es halt, wenn wir Sachen platt machen könnten. Was sind denn eigentlich in Ziele? Irbis. Ach so, okay. Karte. Dann haben wir hier jetzt erstmal alle. Das war ein volles kleine Gebiet. Guck mal, wo wir uns gerade rumtreiben. Oh Gott, das ist ja riesig. Ich kann hier nicht mal. Ach, das nervt. Ich kann hier rumziehen. So, ich denke, wir werden erstmal der Hauptquest vor irgendwas stand jetzt. Was ist das? Bidimus-Statue. Schmied. Bla. Schatz finden. Können wir eigentlich gerade hingehen? Weil, because wir sind... Ja. Na? Wenn wir schon mal hier sind. Na, was geht, Homie? Geh weg. War das der direkt vor uns, ne? Ja, perfekt. Ach, da war das, wo die Mönche versteckt waren. Hä? Habe ich da für sich nicht mal einen Barker gesetzt? Ja. Okay. Mein Fehler. Aber da ist auch noch was in 400 Meter Entfernung? Fragezeichen. Glaubt ihr, wir sind jetzt hier erwünscht? Ich weiß ja nicht. Äh, nee. Aber viel leben kann hier theoretisch nimmer. Also nur mal so, weil das, was wir halt jetzt abgeschlachtet haben, war ja schon ordentlich. Nee. Ich habe gerade noch was gehört. Also vorsichtig müssen wir auf jeden Fall noch sein. Das steht fest. Vorsichtig müssen wir auf jeden Fall noch sein. So. Ein paar Steinchen gefunden. Auch schick. Ich liebe den Fall. Und Burger, aber mir kriege ich es mal raus. Scheiße. Nimm den kurz, schmeiß ins Gras. Nein. Ach, ich habe mir da mit gescheitem Ziel. Ich bin echt zu blöd gerade. Komm, Anuhtrager. Machen wir aber auch. Ich weiß nicht, wie viele hier noch rumlaufen. Lalalala. Hm, 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 hm. Wie es hier Schätze gibt, will ich die haben. Wie gesagt, arg viele können hier eh nicht rumlaufen. So wie wir uns gleich mal abgeschnetzelt haben. Okay. Der macht nix. Neb mir, die Anke. Die Götter werden dir nicht vergeben. Pfff. Nussiert mich nicht. Ganz ehrlich. Gibt Schlimmeres. So erstmal piep man es kurz Hier irgendwo war noch wer Das ist ein Arbeiter Ich glaube das war der nämlich Und davon haben noch einen Zwei Ja ja Geht er raus Hätte ich gar nicht gedacht, dass er sich da drin versteckt Die Götter werden dir nicht vergeben Wir haben doch unseren Sniperbogen Was ich halt ein bisschen doof finde Ja, die machen beide gleich Weil dem Stilenschwärm Mit dem anderen geht es ein bisschen zügiger Fahren wir da noch Du kannst uns doch nicht einfach so einsperren Wir dürfen nicht scheitern Keiner darf durchkommen Jetzt kommt runder Kinder Bringt alles nix Dies ist ein heiliger Ort Der Tempel des Amun Die Götter werden dir nicht vergeben Das sieht uns nicht Das sieht uns nicht Haha Ich dich aber Lol Jetzt quengeln nicht Hallo, sollst du nicht quengeln? Meine Güte Stirb doch einfach Ne, ich trag die nicht Hey, meine Bandscheibe Ich krieg jetzt schon Probleme Außerdem, wer verquellt hier die ganze Könnt ihr mich die Welt sperren? Kann Also ich mach's nicht Aber die gerade Ich weiß ja was du meinst Versteh dich doch schon Achso, da Ja, frissig Ach, die zwei Okay, das war dann Gott Ja, ja, ja Ah, da ist Loot Da ist überall Oh, Loot Ah, da geht man Pulsar um Ah, rote Fässer Wissen wir ja Level 1 Noob Okay Unten ist auch noch Material Oh, geil, 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 geil Ja, gib mir Mora Gib mir Dope Joanna, gib mir Dope Joanna, gib mir Dope Before the morning come Oh, ja, ist ja Beim Pusch Wir nennen es mir Marde, du Pisser Ich liebe den Bogen, Alter Der ist so geil So, nee, ich trage den nicht Weil habe ich noch So viel? Moment Du stirbst Ja, ja Sagen sie alle Au, okay Das hält jetzt weh Ja, jetzt übertreibst mir Tore Sequenz Aha Jetzt kann man hier alles Abloot Oh, Pelze Oh, 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 oh Warte, wenn er irgendwo Noch wäre Esel Nee, runter von dem Esel Du kannst da hochklettern Danke Lass den Esel in Ruhe Das sind Pfeile Na, komm, wir müssen ein bisschen Auffüllen kurz Blendern Ah, nur 5 Alles geht Was muss man noch Einen Scheiß noch finden Warte mal Kurz da rüber Runter Runter Das sind gleich drei Schätze hier Und die werden wahrscheinlich Eben-Tempel drin sein So Was haben wir hier noch? Hä? Ach so, der hat da was liegen gelassen Tschüss Was liegt hier? Oh, Zedernholz Zehn Stück Sehr, 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 sehr Apropos Zedernholz Klapp, klapp Noch, Mann Ein Katapult Bitte Parkour lauf nach oben Cool Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts Deine Zeit ist gekommen Echt? Ich zünde das Feuer an Du bist kein Gegner Du hättest fliehen sollen Als du noch konntest Au Ich weiß Ach, genau den Arsch Wollte ich auf Diesen Pisser Der Runde Verstärkung Mime, mime, mime Ich kenn mal da runter Das ist ein bisschen weh Dann gibt's viel Loot Also jedes Jahr zwar vermutet Er ist wohl gut Dann halt nicht Wuhu Ja, Verstärkungsscómo Weg Bla, bla, bla Schnauze Ja, die klettern da hoch. Kann ich da mitmachen noch? Kommst du da hin? Nö. Gut. Ah, da klappt, da kommt mir eine. Ja, 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 ja. Sucht mich ruhig. Kommt. Von wo kommen die Kinder? Äh. Wir müssen die Situation hier jetzt mal leicht entschärfen. Lol, da geht's runter. Oh, was haben wir da? Hallo, loot's doch. Danke. Kohlenstoffkristall. Ah, ja. Der ist auf dem Dach. Komme ich da irgendwie jetzt von hier aus hoch? Ja, von hier aus sieht's gut aus. Machen wir den dicken da oben mal kalt. Oh, es klettert herunter, der fette. Wissen haben wir nicht gejuckt. Gut, dann müssen wir auf unseren Sniper mal kurz switchen. Loll. Ich lieb die Knarre, alter. Die ist so episch. Echt schade, dass sie nur fünf Schuss hat. Äh, Ausrüstung. Müssen wir wieder switchen, weil... Ach ja. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nicht. Alarm! Alarm! Wo? Hey, was? Schneidet ihm den Weg ab. Habe ich echt so schlecht drauf hier grad? Warum kann ich die Leiter nicht umschmeißen? Verstehe ich nicht. Tot! Tot! Hörst mich mal! Glaub ich. Ich glaube auch, dass du tot bist. War da nicht einer? Ja. Komme. Ähm, Junge, du hast deine Leiter. Ah, okay, hat's kapiert. Gut. So, äh, Frau sprechen. Frau sprechen. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Bayek? Bist du das? Hol mich hier raus. Wie? Ah, jetzt komm aber. Bayek! Wo willst du hin? Ja, jetzt warte kurz. Ich hab ja grad vielleicht keine Sorge. Wir sollten hier vielleicht ein bisschen sauber machen. Weißt du? Cleanen und so. Ah. Ah, Pfeile. Perfekt. Ein paar Stück wieder. Jetzt mecker ich doch lauter auf, dass ich mich auch, du Idiot! Halt die Fresse jetzt. Warte! Amun sei Dank, dass du hier warst, Bayek. Versteckt euch hier. Geht erst, wenn ihr sicher seid, dass niemand in der Nähe ist. So. Wie kann man eigentlich die Waffe schnell wechseln? Das nervt mich grad. Achso, äh, was hätte ich schnell wechseln, aber, äh. Achso. Jetzt ist die ins Menü schnell reinkommen. So. Holen wir unsere Sniper wieder raus. Die ist halt nur vom Handling her so ugly. Die ist so empfindlich. So, mi, 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 mi. Ah, der hat Loot. Ja, los. Nein, runter von der Mauer. Nimm mit. Was gibt's? Fall, kriegen wir da zurück. Perfekt. Ist da nix dabei, der Noob? Ah, ich glaub's nicht. Aber jetzt kann ich hier wirklich nicht mehr viel leben, Mann. Ich hab bald alles tot. Ah, da drin ist, glaub ich, noch wer. So. Alter, ich lieb die Knarre. Die ist so episch, aber echt so traurig, dass die so wenig, äh, abzieht. So. Jetzt gehen wir mal kurz mal da runter und checken da mal die Gegend ab. Müssen wir nicht gleich hier soweit sein. Oh, äh, wartet Jungs, Mädels. Wir machen einen kurzen Cut, weil zwei Stunden erreicht und bei der Zwiebel ist das schon. Ich weiß, ob es alles stabiler ist. Wir sind gleich wieder da. Also ich zumindest. Schizophrenie, yay. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, ihr könnt zurück am Stück. Ja, wir sind gerade woanders, weil, äh, ja, wir gleich ist es am besten, äh, gab leider die Umstände, dass ich doch kurz einen Cut setzen musste, dass ich das Spiel beenden musste, weil Schneiden und so doch ein bisschen viel performant ist da. Oh, nee, ja, jetzt sind wir leider gerade aktuell wieder hier. Ja, der Question ist all the time. Äh, habe ich gerade noch so einen Scharschützenbogen ausgerüstet? Rein zufällig? Ja, habe ich. Bitte nicht runterspringen, bitte nicht runterspringen, klettern. Lol, was war denn das für eine Schussfrequenz? Das waren jetzt fünf Pfeile? Ja, jetzt übertreib's halt. Holy shit. Das hast du jetzt eigentlich nicht gewollt. Ich will trotzdem noch hier die Schätze blindern. Ja, die respawnen wieder. Das ist alles ein bisschen blöd. Weil das ist uns jetzt wieder unnötig Stress gibt. Kannst du mal wieder wenden, bitte? Ich muss hier noch lang. Hallo. Du kleiner Stinker. Ich komme gleich raus. Da sind es auch noch zwei. Ach, wirk. Äh, der Vogel hinten packt da in der Wand. Ja, das Spiel ist noch nicht so wirklich bugfrei, wie wir wissen. Ah, es kommt da noch einer. Ach Gott, es sind auch noch drei. Ich stecke hier ein bisschen in der Patsche. Überrascht mich zu sehen? Ja. Also ich schon. Ja, Niederschlagen bringt uns sehr herzlich wenig. Der pinkelt. Der pinkelt da ran? Hallo? Ach ja, und die Patsche, ich hab's aufs Normal wieder gestellt. Ja, 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 ja. Alter, deswegen frisst Pfeile, ne? So. So, ablegen. Habt ihr auch mal Loot dabei oder so? Uh, shit, 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 shit. Der erleichtert sich auch nur das letzte Mal. Äh, hallo, ja, äh, Günther, jetzt nehmt ihr mal mit. Präag. Schnauze jetzt, mitkomme. Und kann ich den nicht tragen, wenn der, wenn der bewusstlos ist. So, machen wir kurz den Massengrab. Schnauze jetzt, mitkomme. Schnauze jetzt. parce Untertitelung des ZDF, 2020